ja da mein wunderschönen wasserfall dann mal kurz die Natur genießen und den Blick auf diese wunderschönen Natur werfen, bevor es gleich wieder schlimm wird, können wir hier irgendwo lang, scheinbar nicht wirklich dann wird er sehen wo war es, vielleicht können wir woanders wo lang hier oben gehen wir hier oben lang aha das ist doch der Weg wo wir schon, hier sind wir doch schon mal lang sehr interessant da können wir uns erstmal erholen, wo wir gerade eben erst bis gelaufen sind wir werden Erholungen gebrauchen können das ist gut geht für andere liegen lassen wir werden wahrscheinlich noch Geld brauchen aber ich lege mal 20 hin das kann noch andere Spielstände, die stehen werde hilfreich sein die werden wir jetzt auch nicht so sehr vermissen die werden wir jetzt auch nicht so sehr vermissen dann gehen wir durch die Straße lang und da sind wir an der Grenze dann schauen wir mal wie wir rüber kommen welchen Weg wir diesmal werden wir werden wir hier das war mal wie nun geht wir erst noch ein paar Wochen sammeln ich meine es geht ich meine es geht haben wir essen und trinken wir haben es echt nicht nötig ich meine es geht ich habe ihn aus dem Weg ich habe ihn aus dem Weg ich habe ihn ein paar hier auch aber die reale Proteste hier wird auf der Wahl gehen auf der Wahl ich weiß nicht, wer es wäre wenn es nicht ich weiß, wer es wäre du hast du mehr die Geschwindigkeit es gibt es gibt hier es gibt wir okay okay if you have the right papers you can enlist down there just follow the trucks to the gate I hope you find your freedom kid we will be rooting for you uh huh special 10 year commemoration of the collapse there is some never before seen footage there behandle andere wie ein Freund und du wirst jetzt freund gewinnen ich hoffe wir haben da noch genug genug Geld da gibt es nämlich einen Weg wo wir Geld bezahlen sollten um weiter zu kommen so würde ich jetzt mal versuchen wo wir Geld dabei haben was ich wissen muss dann müsste ich mich gleich ich werde noch gleich mal nehmen er hält mich nicht auf interessant ich gehe den Weg mal weiter ich gehe den Weg mal weiter Ist das genug? Wie wäre es hier mit? Ah, die Kreditkarte hätte nur... Ah, hätte man bereiten können. 100% Fehler. Müssen wir helfen. Aha. Es scheint nicht klappt zu haben. Ich brauche nur 50 dafür. Dann hätten wir noch mehr unter den Steinen legen können. Ich habe doch schon gegeben. Nee, habe ich aber nicht. Jetzt wird es langsam knapp. Hm. Ich weiß ja nicht, da haben wir selbst nichts mehr. Egal. Gute Tat. Auch wenn das für uns vielleicht den Unterringen bedeutet. Wenn wir selbst nichts mehr haben. Auf uns wird dann noch geholfen werden. Und jetzt noch mal nach Kede von uns. Und das ist noch mal eine Verlust. Das ist noch mal eine Verlust. Verdammt, ich hab's geahnt. Ich hab kein Geld. Verdammt, da hatte ich 100, da hatte ich 100, da hatte ich 100, da hatte ich 100, über 100 Dollar und 100 mussten wir, da haben wir noch mal ein Set, selbst nicht, uff. Oh, wirklich? Oh, j-just, leid die Weg. Wurde schon, wurde schon sie für den. Hallöchen. Verdammt, wir haben kein Geld. Wir brauchen sehr viel Geld. Gut, das war dann... Oh, kacka. Können wir irgendwie über die Grenze fliegen? Oh, verdammt. Gut, dass wir ihm geholfen haben. Das hat er uns geholfen. Der Arme. Nichts ist mehr wichtig. Aber es gibt viele andere in Petra, die es noch schauen. Action Day, Wahltag, 73 Tage später. Wir haben absolut nichts gemacht, wir haben absolut da... Wir haben am System nichts geändert. Wir sind mit dem... Ich meine, mit dem einen haben wir ein bisschen revolutionär gemacht, aber... Vielleicht haben wir mit den anderen Wegen noch... Mit anderen... Noch Möglichkeiten, irgendwie einen Entfluss auf die Wahlen zu machen. Das haben wir bisher gar nicht gemacht. Zu Episode 3. Episode 2 war ja schon... Aber, ja, das ist ein anderes Ende. Müssen wir uns merken, falls wir nochmal mit jemandem drüber wollen... Brauchen wir mehr Geld. Noch mehr Grenzposten zu besticken, brauchen wir auch nochmal. Und diese letzten Wochenende... Ich hatte die Möglichkeit, dass wir uns in der Runde von Tarek... Das war offen zu all seinen Unterstützern. Was ein fantastisches und wunderschönes Event es war. Mit nonalkoholischen Refrainien... Und Untertanen für die ganze Familie. Danke, Herr Präsident, für so ein wunderschönes Event. Unsere Nation ist glücklich, dass Sie auf dem Helm zu haben. Und hier zu hoffen, dass Sie zumindest 10 Jahre mit Ihnen mit Ihnen. In very good news, a large network of smugglers helping teens cross, has recently been dismantled by security forces. Thank you for keeping our country secure, border forces. Now, let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Tyrak, working against voter registration fraud, is fighting hard against his opponents. Nation, he deserves your full support. As you know, the Sonya show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Now, if you have any information, please call the Sonya hotline. Let's bring these teens back home. 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 We are counting on your support. 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 And we are counting on your support. Go ahead. Gользfinger. Das ist doch hier, oh, Alex, bist du nicht ein bisschen zu jung, der Rucksack von Alex. Er ist voll mit cooler Technik, Entwürfen und noch mehr cooler Technik. Okay, wir machen diesmal den Weg hier. Politik. Ich wollte gerade Musik anschmeißen. Okay. 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 Jetzt müssen wir erstmal mit dem Nimmungsstron anmachen. Okay. 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 Ich muss kurz rechts ran fahren. Die Zeit muss sein. Mal ein bisschen zocken. Oh. Okay. Ähm. Es ist wie, dich zu schlagen, es zu schlagen. Oh, oh. Das hat doch was von... So was habe ich doch schon mal in Mario... Mario-Spielen gesehen. Mario Party. Ich lasse nicht mal ein altes V contained auf dem DS Teil. Oh, verdammt. Ist das wieder bei der Show? Oh nein, du hast die Skills. Jetzt spielen wir für real. Oh oh, Alex ist über die Schlafen auszulassen. Oh nein. Herz sammeln. Oh kacke. Lass das Herz wieder weg. Ich darf dafür verraten wir uns jetzt den nächsten Mal. Ich darf das hier zocken, dass wir hier nichts versaugen. Abprallende Kugeln, abprallende Kugeln. Munition sammeln. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr Munition sparen. Oh oh. Was hat man jetzt? Sie hat Munition. Was denkst du? Und sei ehrlich. Ich liebe Lüge. Ich denke, unbegrenzte Munition ist besser. Nein. Wenn wir unbegrenzte Abprallen hinzu, gefällt mir jetzt schon so wie es ist. Abprallen? Nein. Okay. Okay. Aber ich vertraue dir an das, yo. Das ist gut. Was man mit den Munition sammeln macht auch... macht auch Sinn. Das macht die Nervenkitzel rein. Verdammt. Verdammt. Ich krieg's noch nie. Das ist viel zu leicht. Meins. Verdammt. Munition. Hat viel Munition. Oh verdammt. Oh verdammt. Die macht mich kalt. Na komm. Ich hab immer noch zwei Herzen. Du musst ja aber mal treffen. Du musst ja aber mal treffen. Einmal treffen noch. Na. Das du. wir können wir können es noch besser machen kann ich weiter spielen zum spaß wütende panzer geht ab veröffentlichen es mir quitt ist noch nicht richtig veröffentlichen ist gut ich finde es super schon ganz gut das ist großartig ein Tag 100 Menschen spielen gleiche Spiel wir spielen gleiche Zeit 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 Das ist immer Ich muss nur diese Bilder machen Ein Bild von einer Mose Mann und eine Frau. Aufgenommen am 9. September 1986, dem Tag des Anschlags. Alex glaubt, dass das seine leiblichen Eltern sind. Seine, sorry. Meine Alex, dachte ich mir, life is strange. Sie sehen nur für einen Moment. Ich habe viel gelernt, über die Computer zu verbessern. Ich würde es nicht sagen, dass das eine andere 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 andere. Sie meinte mich über die Computer. Danke, Homegirl. Ich glaube, ich musste sprechen und es wusste nicht. Und deswegen bin ich auf der Straße. Sie sind wahrscheinlich weg. Sie wissen. Unter den Rücken. Aber ich will so viel über sie herausfinden, wie ich kann. Danke, Homegirl. Du kannst mich auf die nächste Location verlassen. Wer ist, wenn du mitkommst? Oh, verdammt. Ja? Ich kann die Anzeigen nicht lesen. Danke, Homegirl. Ich mag das. Jetzt, ein bisschen Musik. Wir bestimmen in style. Das war so cool. Da wurde schon eine ganze Strecke vorgelegt. Aber es wird noch einiges auf dem Weg gekommen. Wir sind nachts an der Tank. Wir brauchen Essen und Trinken. Ein bisschen Geld haben. Ein bisschen Geld haben wir auch. Wird aber diesmal nicht. Ich werde bei der Grenze dann wahrscheinlich finden, wenn wir zur Grenze kommen. Damit... Wir werden mal versuchen, über die Berge zu gehen. Hey Zoe. Ah, sie ist gerade verhaftet worden oder was? Die Körner. Sie haben mich aus... Du weißt, woher. Mein Vater muss sich herausfinden, wo ich war. Ich bin. 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 die kies machen wir das am unuffälligsten ich triff von hier an der kaputten zelle ich habe keiner gesehen streichel zu kaufen und protestierst du auch mit den brüllen die waren ja dann umsonst du gewinnst du ein donner großartig rufen sie an wenn sie informationen von funks in der brigade haben wir nicht können wir spielen das ist nicht so gut hier zu vandalieren hier können wir spielen musik die informationen haben rufen sie dass ich auch noch mal irgendwann im spiel durchlauf machen jetzt nicht hier aber und funks sind da also den spitze den spitze dann werde ich auch noch irgendwann mal machen i've been kept inside so long i've lost sight of right and wrong wenn du lefst an open door ich kann nicht helfen aber explore es so wie die 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 die